Aber nein, keines dieser Gerüchte sollte euch beunruhigen. Ihr wisst doch, die Leute reden viel an einem langen Tag und manchmal fantasieren sie sich die abenteuerlichsten Vermutungen zusammen. Ich versichere euch, ihr könnt ganz unbesorgt sein. Al-Anfa wünscht einzig und allein Frieden und eine harmonische Koexistenz mit seinen Nachbarn. Euer Weg nach Al-Anfa war an der Seite von Rafim und Diamantes weniger gewagt und verlief glatt. An der schwarzen Feste vorbei und den Inspektores, der Zorn bricht, seid ihr am Hafen eingelaufen und konntet die erste Luft schnuppern. Einige nennen sie die Perle des Südens, andere bezeichnen sie als Pestbeule. Was sie für euch persönlich wird, entscheidet sich wohl demnächst. Zwar ist die Landschaft mit dem schwarzen Vulkan und den weißen Häusern atemberaubend schön, der Regenwald schreit euch mit den Tieren entgegen und das Meer rauscht munter unter euch, doch Sklaven findet ihr überall. Egal ob auf dem Markt als Ware, als Boten oder als Träger, oder aber auf dem Schrägaufzug, wo sie ihn betreiben. Die Feste der Basaltforst ist einschüchternd, genauso wie ihre Krieger. Die Villen der Granden sind monumental. Hier liegen die Kontraste so stark beieinander. Ihr holt erste Erkundigungen ein und wart so bereits im Praios-Tempel, der Universität, beim Dekan und im Chor-Tempel. Was mögt ihr noch herausfinden heute, am 15. Travia 1031 nach Bosporans Fall, zur 16. Stunde des Tages. Wir beginnen bei Zulamin und Yalan, die vor dem Praios-Tempel stehen. Nun, das war hilfreich. Zumindest informativ. Er hatte einiges zu sagen und eine starke Meinung dafür, dass er sagte, er sei neutral und würde sich aus allem heraushalten. Normalerweise würde ich euch die unterschwellige Entschuldigung ankröten, aber ja, wir sollten vermutlich, bevor wir uns, bevor wir Blinens unseren Hut in den Ring werfen, herausfinden, wie genau die Verbindungen zwischen dem Wahrer der Ordnung und dem Haus Zornbrecht sind. Und dann sollten wir vermutlich mit den Zornbrechtern reden. Ich bin mir sicher, sie können uns zumindest ein Angebot machen. Nun, wenn seine Verbindungen verwandtschaftlicher Natur sind, und dann sollte das ja nicht weiter schwierig herauszufinden sein. Vermutlich nicht. Vermutlich. Ich denke, wir sollten uns ein wenig umhören. Ich werde vielleicht ein paar Gewalt befolgen. Und, hm. Wenn Voltas und Avel mir die nächsten Tage noch mal in der Akademie sind, können sie dort vielleicht etwas herausfinden. Das sollte nicht weiter schwierig sein. Was meint ihr, da wir gerade in der Nähe des Hafens sind? Wollen wir vielleicht sehen, ob wir den Effert-Tempel finden? Und wegen dieses Rochentierkönigs fragen? Hm. Wir sind sowieso auf dem Weg und sicherlich. Ich denke nicht, dass wir viel herausfinden werden, aber nun fragen kostet nichts. Und Effert für die ruhige Herreise danken kann nicht schaden. Und wir haben überall auf dem Weg gefragt, wo wir die Möglichkeit hatten. Vielleicht finden wir unsere Antworten ja in aller Anfahr. Nun gut, dann werde ich mich noch ein wenig im Tempel umsehen. Und wollt ihr schon mal zum Effert-Tempel vorgehen, oder? Nun, ich denke, ich warte auf euch. Nun gut. Und so geht's wieder rein. Ja, du kannst dich an den Blatt-Gold-Statuen vorbeischlängeln. Betrachtest die Inschriften, den vergoldeten Sandstein, gigantische Kandelaber. Wie gesagt, ist dem ewigen Licht nachempfunden. Wo das jetzt steckt, mag die Qualionsgewäste klären, aber wir haben überall große Schismen mit traditionsgemäß, die Tempelweihe, die hier dann vergeben worden ist, irgendwelche Relikte, die in den Wänden stehen, damit man sie betrachten kann, von irgendwelchen Spendern. Natürlich alles große Grandenhäuser. Oder auch den Patriarchen, der dann als Boron hochgeweihter dann der Pajos-Kirche seiner Spenden zukommen ließ. Du kannst schon sehen. Also der Greif wird hier natürlich auch in der lanfanischen Lehre dann gelehrt, aber immer zu rechten Borons, der dann hier selber nicht abgebildet wird. Aber die Rabenstatuette ist dann doch immer noch ein kleines Stückchen größer. Beziehungsweise wenn du dann betrachtest, wo sitzt der Greif, dann siehst du doch oben in den etwas höheren Galerien thront darüber dann noch einmal der Rabe etwas versteckt. Aber wenn man mal die Zeichen lesen mag, dann wird das dann doch ganz klar. Ich vermeide es mir darüber, irgendwelche selbstgerechten Selbstgespräche zu führen, denn Fax sagt ja, dass Bescheidenheit manchmal das Bessere ist. Ich sehe mich um, schaue, ob ich einen Gewalten finde, der aussieht, dass er nichts zu tun hat. Das wäre zum Gespräch aufgelegt. Was könnte man ihm von sein? Wenn er den Pflichten irgendwie abziehen. Guckst dich ein bisschen um und kannst dann wohl sehen, wie da wohl gerade ein Pferdedieb oder sowas in den Tempel reingeschliffen worden ist. Hast du da wohl noch kurz dich ein bisschen ablenken lassen. Hast du da wohl noch gehört, dass er zum Vierteilen verurteilt wurde und der Geweihte klappt sein Buch zu, schüttelt ein bisschen traurig mit dem Kopf und würde dann jetzt Zeit für dich haben. Währenddessen wird der Pferdedieb dann von Wachen weggeschleppt, die natürlich auch ganz in schwarz gekleidet sind. Ob es jetzt Söldner sind oder wo auch immer die Anklage herkommt. Irgendwelche Beweise wurden da nicht vorgelegt. Aber er hat jetzt auf alle Fälle Zeit für dich. Ich würde dann den Heranblicke dem angeblichen oder vorgeblichen Pferdedieb noch nach. Nun, dies war ein effizienter Prozess. Ja, schnell und sauber, so will es Amos Tiljack. Ihr hattet ja eben gerade mit ihm gesprochen, nehme ich an, oder? Ihr kamt doch aus dem Komplex von ihm. Tatsächlich ja, ein sehr fruchtvolles Gespräch. Ein sehr aufgeschlossener Mann. Darf ich mich fragen, warum er euch empfangen hat? Oh, nun, ähm... Sagen wir, wir hatten ein wichtiges Anliegen, was das weitere Wohlwollen der Stadt Alantva angeht. Hm. Ihr versteht Sachen, die draußen auf der See geschehen. Aber sagt... Ich kann eure Kleidung nicht ganz deuten. Ihr seid Pryos oder ein Fixgeweihter. Ich kann das nicht ganz so sehr fern, wie sie voneinander liegen, aber... Nun, ähm... Ihr wirkt mich zielspätig. Die Diener Pryos haben mich geweiht. Nur Erfordernis, die gegeben hatten der Reise, ihr wisst es sicherlich, wenn ihr einmal auf Pilkerfahrt wart, manchmal, dass man sich den Gegebenheiten anpasst. Nun, dafür werdet ihr in Gareth sicherlich verbrannt, äh... Hier allerdings, äh... Nun, kann ich euch helfen? Nun, deswegen bin ich zu euch. Ich wollte den Pfarrer der Ordnung selbst mit solchen Dingen nicht belasten. Was ist das Belasten? Belangen. Ich hatte gehofft, da ich doch neu in der Stadt bin, ihr könntet mir ein wenig über... und über die örtlichen Gepflogenheiten... Ich blicke dabei ein wenig auf die, auf die irgendwie... Rabensdatu, die am Ende des Tempelraums steht. Äh... Erzählen auch über die Grandenhäuser, mit denen ich, wie ich denke, noch ein oder zwei Gespräche führen müssen werde. Ihr wisst schon, wie, wie sind sie so? Was kann man über sie sagen? Wollt ihr die Wahrheit hören? Oder das, was man gebietet, über die Granden zu erzählen? Sie sind selbstverständlich großzügig, gnädig, volksnah. Er redet dabei ein bisschen lauter, kannst du hören. Und selbstverständlich ist der Patriarch besonders wertvoll. Und besonders wertzuschätzen. Nun, der Herr Praos liebt die Wahrheit. Und ich fürchte, meine Anwesenheit in der Stadt bedingt ist, dass ich weiß, wo sie stehen. Dann sollten wir uns eventuell nicht hier unterhalten, sondern beim kühlen Bier in einem beliebigen Gasthaus. Aber sicher doch, aber sicher doch. Sagen wir nach der Abendmessung? Nach der Abendmessung. Hervorragend. Ich lasse mir von ihm dann eine kurze Wegbeschreibung geben. Ein Straßenblock weiter von hier befindet sich das Bordell 7 Spiegel. Ich hoffe, das ist für euch in Ordnung. Ja, ich verknall von wegen mir einen überraschten Blick. Aber selbstverständlich doch. Niemand würde mich in einem Bordell erwarten. Hervorragend. Nun, dann bin ich doch sehr gespannt bereits. Ihr nickt. Dann ziehe ich mich mit Blick auf vermutlich den nächsten zu verurteilen, der schon langsam, der schon irgendwie in den Seiten auf seinen Prozess wartet, dann auch zurück. Und deswegen ist der Großexekutor Perwal, Irshan Perwal, einer der Besten. Ja, er redet weiter und lobt dabei etwas lauter, damit es dann eben auch für Umstehende zu hören ist. Ja, verschiedenste, einflussreiche Persönlichkeiten. Und ob das jetzt Granden sind, bist du ja nicht ganz sicher. Hast du jetzt von Perwal noch nicht so viel gehört, aber Großexekutor, das muss halt irgendjemand Wichtiges sein. Dann besuche ich draußen Zulamin, die vermutlich auf dem Platz noch rumhängt. Hm, Zulamin hat sich in der Zwischenzeit jemand etwas weniger wichtig aussehenden gesucht. Vielleicht ein Akolyten oder so. Ah ja, Ian. Oh, hallo. Was meint ihr? Wo finde ich in dieser Stadt einen Aves-Geweihten? Ein Aves-Geweihten? Hm, mit Aves habe ich nicht so viel zu tun. Ähm, vielleicht draußen vor der Stadt? Also da kann ich mir gut vorstellen, dass da draußen ist ein paar reine Tempel, glaube ich. Aber ich war da noch nie draußen. Hab die Stadt noch nie verlassen. Warum auch? Also gibt es keinen bekannten Tempel. Ah. Also ich weiß, im Süden von hier ist ein Zwafnir-Tempel und neben dem Effa-Tempel ist auch noch einer von Ruhr und Ghor. Ah. Aves, 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 Aves. Ähm. Vielleicht ein Fextempel. Fext und Aves sind doch irgendwie miteinander verwandt, oder? Aber ja. Aber wenn ihr euch nicht sicher seid, dann werde ich es wohl als erstes im Tempel seiner Mutter versuchen. Immerhin ist sie auch meine Göttin. Äh, er ist verwirrt. Also er sieht dich offensichtlich und wenn du so ein bisschen an deiner Kleidung runterstreichst, bleibt sein Blick vor allem an deinen Brüsten kleben und weniger dann an deiner Raya tracht. Also er verbindet dich gerade nicht mit Raya. Er steht einfach im Schlauch. Hm, Sulamin lächelt nur fein und meint, aber ihr sagt jetzt etwas vom Effa-Tempel. Ähm, wenn ich zum Portal hinausgehe, äh, in welche Richtung? Ähm, immer die Straße runter. Ähm, wenn ihr am Perlenmarkt seid, dann seid ihr schon... Ich würde einfach am Hafen entlang gehen in Richtung Süden und irgendwann öffnet sich dann, äh, irgendwann öffnet sich dann die, die die ganzen Lagerhäuser und dann könnt ihr dann zu eurer Rechten, könnt ihr dann an dem großen Brunnen vorbeigehen. Das ist das mit dem, mit dem blau-goldenen, äh, Dach. Habt Dank. Ihr habt mir sehr geholfen. Raja mit euch. Äh, Pryos mit euch. Und wenn du dich umdrehst, kannst du noch seinen Blick auf deinem Hintern spüren. Es sei ihm vergönnt. Wie gnädig. Ja, dann kannst du sehen, wie auch Jalan sich gerade von dem anderen, äh, Pryos-Geweihten abwendet und dich sucht. Jalan, da seid ihr ja. Ah, da wird sich halb erschrocken um... Oh, da seid ihr. Ich, ich hatte auf dem Platz... Nun gut, gehen wir erst einmal. Ich habe ihn auf dem Weg zum Effortempel gefragt. Ach, hervorragend. Das habe ich tatsächlich vergessen. Nun, ich hätte hier draußen gefragt. Egal. Hm, wir haben einen Gesprächstermin mit... ...jemandem? Machen wir auch nochmal einen, einen... ...ein paranoider Blick über die Schulter. Nach der Abendmesse. Ja, wir sollten also zahlt haben, uns erst mit den anderen abzustimmen. Wir haben also gewissermaßen einen Gesprächstermin mit... ...niemanden. Ja? Nun, wir schauen in unseren... ...unseren Teesatz und... ...was wir wissen, wissen wir dann. Wenn ihr versteht, was ich meine. Aber ja. Nun, der Junge meinte, wir sollten einfach am Wasser entlang gehen und wir würden den Tempel dann schon sehen. Es muss ein sehr großer Tempel sein. Dies sind Städten, wie Alarm verüblich ist. Unser großen Hafen, wenn sie viel Betrieb haben. Schauen wir mal, schauen wir mal. Wo ist eigentlich dieser Kriegshafen? Ich würde... ...nach Möglichkeit versuchen, einen Blick auf die Flotte der Karinus zu erhaschen. Vermutlich ist der ermauert. Sehen wir uns das an. Machen wir derweil weiter mit der Halle der Erleuchtung beziehungsweise der Universität generell bei Abel, Mir und Boltax. Boah, Abel, mir da seid ihr ja. Wie war eure Vorlesung gewesen? Ach, langweilig. Ihr Lieben sind so dumm. Ich habe vergessen, wie es ist, einen Lehrbetrieb zu besuchen. Sie sind in der Tat ein wenig undiszipliniert. Da muss ich euch recht geben. Sehe da nicht viel Potenzial. Ich wäre wohl 10, 20 Jahre daran, sie zu ordentlichen Elementaristen zu formen. Aber, naja, ich habe ja die Zeit. Ich denke, an dieser Art von Marquis sind Sie wahrscheinlich wenig interessiert. Ich glaube, bei Ihnen geht es mir um Seekriegsführung und Leibwichterfunktionen. Das würde erklären, warum wir Leben sehr unbefriedigt waren. Dadurch, dass ich wahrgebracht habe, wie ein Stein zu sein, bei wunderbaren Stunden stillstehen. Ihr steht gerade noch irgendwo auf den Gängen, direkt neben den Hörsälen. Da könnt ihr sehen, wie jemand auf euch zukommt, die Haare zu einem Dutt gebunden, ein Zwicker auf der Nase, eine, ja, ich würde sagen, um die 40 Jahre alte Frau, Dame, die dann mit einem Rock auf euch zukommt und zwei Stempelkarten in ihrer Hand hat, die sie euch dann in die Hand drückt. Nickt dann einmal Abelmir zu. Meister Abelmir, ihr seid wieder da. Nun, hier ist Ihre Stempelkarte. Morgen dann wieder zur gleichen Zeit? Äh, ja, ich gucke, ich werde jetzt verdurzt diese Stempelkarten. Was soll ich damit tun? Zwei Stunden pro Tag. Äh, guck mir die Stempelkarte mal genauer an. Ähm, ja, es ist Esperanza Rodriguez. Du hattest die damals kennengelernt, ähm, als, äh, Fakultätssekretärin. Das ist halt diejenige, die dir damals, äh, 1026, deine Expedition, äh, mitorganisiert hatte. Sie war zwar selber nicht mehr dabei, hatte dann wohl aber bei der Basaltfaust für dich angefragt, äh, und, äh, vertritt dann wohl eben auch, vor allem in organisatorischen Dingen, dann, Direon, Direal von Zornbrecht, Lomarion, die Spektabilität. Und Magister Magnus, klar, observant hier. Äh, äh, wo muss ich hier unterschreiben? Gar nicht. Ich glaube, der wird für uns gestempelt. Ah. Korrekt. Äh, gut, ja. Ähm, gibt es sonst so etwas, was wir wissen müssten? Nun, die Bibliothek ist, äh, freigegeben worden von Meister Pallygan. Es wäre natürlich auch schön gewesen, wenn ihr direkt zu Zornbrecht Lomarion gekommen seid. Aber, äh, wenn ihr diesen Weg nicht gehen wollt, dann, äh, ist euch sicherlich auch nicht zu helfen. Wie gesagt, die Bibliothek ist freigegeben und ich hoffe, dass ihr morgen wieder einmal zwei Stunden in den Hörsälen steht. Oh, äh, das wussten wir nicht, dass wir zu Herrn Zornbrecht hätten gehen müssen. Wir waren am Eingang und wurden direkt zu, äh, dem Dekan verwiesen. Äh, Meister Abelmir weiß von ihm und, dass, äh, der Dekan doch ganz gerne von den Eigenschaften dieser Akademie ausgeschlossen wird. Äh, inwiefern das, äh, verzeiht mir, ich bin nicht so in diesem akademischen, äh, betrieb mit drin. Nun, warum sollte ein Verwalter, der nicht der Magie fähig ist, jemandem Anweisung erteilen, der einer der besten Magister auf Aventurien ist. Das gezieht sich nicht. Er ist nicht der Magie fähig? Oh, das wusste ich gar nicht. Aber mir, wusstet ihr das? Ja, er ist ein Dekan. Er verwaltet die Universität, er leitet sie. Und zu dieser Universität gehören auch nicht, nicht nur die Akademie, sondern nun verschiedene Fakultäten. Aha, verstehe. Dann ist er bestimmt ein begnadeter Geologe. Äh, wie kommt die da rauf? Na ja, eine Fakultät. Er ist Kunstsammler. Damit dreht sie sich wieder um, schiebt nochmal ihren Zwicker zurecht und, äh, verlässt dann mit ihrem, äh, rockwackelnd durch den Gang euch. Und lasst euch wieder vor den, äh, Hörsälen zurück. Äh, Voltax, eine Fakultät ist ein, eine Abteilung, könnte man sagen. Kein Stein. Ja, natürlich. Aber gibt es denn keine, äh, Abteilung für Geologie? Das ist doch die wichtigste Wissenschaft überhaupt. Äh, nein, Steine, äh, werden hier nicht gesammelt. Warum nicht? Ich dachte, das wäre eine Halle der Erleuchtung und keine Halle der Verdummung. Nein, ja, Steine sind wenig interessant. Oh, äh, abel mir. Das ist falsch. Steine sind wunderbar interessant. Ja. Hülse und Steine, ich sage es euch. Ich verstehe eure Interessensgebiete, aber nun, nicht jeder teilt diese, äh, Vorlieben. Ich befürchte auch, ich befürchte auch. Hm, wie soll ich diesen, äh, Verkopften mal etwas beibringen? Vielleicht sollten wir die Spektravität einmal aussuchen, um nun ja, die Wogen dazu glätten, wie man so schön sagt, hier in der Landfahr. W-w-w-wenn meint ihr denn jetzt? Die Spektravität selber nötig. Ah, also den, der die Magie anwenden kann. Der, die Akademie leitet, genau. Das ist nicht der Dekan, jetzt bin ich verwirrt. Aber wie, ihr müsst mir sagen, wen ihr meint. Die Spektravität natürlich selber der Akademie. Der Dekan ist nur das, nun ja, das Oberhaupt der, der Universität. Aber die, die Akademie ist ein Teil dieser Universität, wenn ihr versteht. Ah, ich verstehe. so soll ich mit dem Magier sprechen. Ja, wir sollten gemeinsam mit ihm sprechen vielleicht. Das ist eine gute Idee, dann, ähm, sollten wir uns, ähm, möglichst bald auf den Weg machen. Wir haben ja nicht mehr so viel Zeit, bis wir unsere Freunde wieder treffen wollen. Ich glaube, dort geht's lang. Schauen wir einmal. Ich vertraue euch, ihr wart ja hier schon einmal, äh, zugegen gewesen, nicht wahr? Das ist eine Weile her, ja. Ich hoffe, es hat sich nichts geändert. Wollte ich gerade fragen, ob sich denn viel geändert hat, seit ihr das letzte Mal hier gewesen seid. Die Frau schien euch ja noch gut zu kennen. Nun, die werden es herausfinden. Sagt, was ist eigentlich die Aufgabe dieser Frau gewesen, außer Leuten Stempelkarten auszuhändigen? Äh, wenn ich mich recht erinnere, ist sie die rechte Hand. Sie leitet die Sachen, nun ja, für die, die Spektualität keine Zeit hat, äh, nun ja, die Verwaltungssachen halt, äh, die Schüler verwalten, die Lehrpläne einteilen, et cetera. Ah, also ist sie quasi so etwas wie der Dekan nur für Teilen? Nein, 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 nein. Sie ist die rechte Hand. Äh, so wie der Bergkönig. Äh, er hat ja auch Hauptmänner für bestimmte Das ist richtig. Wir haben einen kennengelernt, wenn ihr euch noch daran erinnert. bestimmt die zwei gesehen alle gleich aus für mich was wir sehen alle gleich ausführung ja diesen kleinen bart und naja das ist nicht wahr wir haben sehr sehr unterschiedliche bärte und sehr sehr unterschiedliche körpergrößen ich zum beispiel bin ein mittelgroßer zwerg der hochkönig ist ein sehr großer zwerg also also das mit der mit der rechten hand muss ja so verstehen sie macht die sachen die die spektakulität dafür kein fett hat die verwaltung und schreibt lachen die der spektakulität keinen spaß machen und so könnte man das nennen ja ich verstehe dann ist sie eine wichtige person ich an der universität nun es gibt nichts ohne sie vermutlich und sie hat mehr macht wahrscheinlich als mancher lehrkörper naja aber nicht als vier nun ja wir sollten das nicht herausfordern habe nicht vor sie zu einem magischen duell herauszufordern ich glaube auch nicht wie eine maria ist sie verfügt profond sitzen in der verwaltung ja und während ihr durch die gänge geht dann verschiedene studenten dabei vor denen ihr eben schon vorträge gehalten habt teilweise fühlt ihr euch wohl auch etwas angerempelt aber wenn ihr dann vor dem büro steht könnt ihr da auch wieder das namensschild von sowohl zornbrecht lomarion erkennen als dann eben auch von der sekretärin die eben vor stand hondres esperanza hondres die sitzt einem schreibtisch und schreibt da wohl gerade mit verschiedenen großen federn irgendwelche anträge die tür steht offen so als hätte man euch erwartet sie nickt euch nur zu deutet dann auf die nächste tür diese zwei wieder nur in einem vorzimmer nur maria natürlich wie es so ist schon erwartet dankeschön dankeschön auch und rieckes ich klopfe dann war bei mir nach euch kennt er ja schon vielen dank ja vor euch steht in einem gewaltigen büro dirion lomarion beziehungsweise zornbrecht lomarion und er ist wohl beleibt am verlebten gesicht möchte man meinen und heutzutage fallen als erstes die spitzzugefeilten fingernägel auf streift sich da wohl gerade noch ein paar krümel aus seinem bart du kannst sehen wenn er sich dann umdreht geht seine magierruppe so ein bisschen auf und er trägt wohl auch kein kein untergewand drunter so dass du dann seine brusthaare sehen kannst was ihn aber auch nicht zu kümmern scheint und kommt dann mit so einem kleinen watschelnden gang auf euch zu gibt euch die hand er stand wohl eben vor so etwas wie einem knüpfbrett sieht aus wie der knoten die darauf verschiedenen längen angebracht sind ungefähr zwei mal zwei meter groß so als ob man irgendwie was was knüpfen würde ich hatte euch erwartet nun endlich seid ihr eingetroffen und ich weiß natürlich auch was ihr von mir wollt aber tun wir einfach so als würde ich das nicht wissen und wir unterhalten uns ganz normal das ist für die meisten angenehmer als wenn man mit einem gedanken leser kommuniziert nun ich dachte wir sollten uns nun formell vorstellen dies ist mein freund und gefährter montags hallo euer spektabilität ihr habt einen sehr prächtigen bart ihr seid gedanken leser brillant brillanter gang und gedanken leser jawohl magister magnus klar observant hier und sagt immer die zwergen gedanken wären zu schwer zu lesen könnt ihr denn auch meine gedanken lesen wenn ich jetzt dann eine zahl von 1 bis 5 denke machst du dein machst du deinen eisernen will ja ich würde meinen eisernen will dann machen okay dann ist meine magieresistenz wie hoch dann ist meine magieresistenz auf 19 okay er würfelt auf die 18 18 18 mit einem thw von 21 und muss nichts ausgleichen hätte noch einen punkt über dementsprechend würde er es knapp schaffen ja super ich habe an die fünf gedacht ich merke schon ihr seid für mich der eisernen willen den ihr gemeistert habt aber es war schwer sich schon sagen wie als würde man durch granit gehen er denke dann genau das gestein dann du hast du eben auch gedacht hat ist also granit und schreibt dir dann eine zahl auf ist es die fünf und ihr seid ein wacher meister hat sich dann in der schafft sehr beeindruckend sehr beeindruckend aber wie habt ihr das gesehen das war die zahl an die ich gedacht habe und mein lieblings gestein sehr schön nun habt mich nicht gestört was erhaltet ihr von diesem knotenbrett gab es aus havena importieren lassen knotenschrift der güldenländer aus atlas seide man mann als brillanter gedanken leser ist es schwierig etwas zu finden was einem noch verschlossen bleibt deswegen habe ich mich in letzter zeit über die güldenländer sehr amüsiert schriftkunde interessant ich hörte gerüchte weil natürlich die afghaner fliegt etwas auch noch fliegen sondern immer noch vielleicht gibt es dort verbindungen wie weiß nun das wage ich doch wohl zu bezweifeln aber kommen wir doch zu eurem anliegen ja aber mir würdet ihr nun wir wollten uns natürlich erst einmal formell vorstellen und nun ja wir bräuchten tiefer einen tieferen zugang zur bibliothek ihr wisst schon zu den sachen die für die normalen adepten ja verschlossen bleiben und hesperanza sagte wohl dass ihr diesen zugang bereits habt allerdings war er nicht bei mir sondern habe das ganze bei dem dekan auftrag gegeben aber mir und das wollen wir so gute freunde sind ja einfach sehen aber der dekan fing uns ab bevor wir nun ja euch aufrufen konnten ist das so ja wirklich wurden einfach zu ihm geschickt da können wir nichts für